zwischen Luxemburg und der Bundesrepublik. Und das alles sehen Sie jetzt im Überblick in diesem Programm. Viel Spaß! Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung. Das Bundesverfassungsgericht hat jegliches Wahlrecht für Ausländer für grundgesetzwidrig erklärt. Schleswig-Holstein und Hamburg hatten unter bestimmten Voraussetzungen Ausländern das kommunale Wahlrecht eingeräumt. Dagegen hatten die CDU, CSU-Bundestagsfraktion und das Land Bayern in Karlsruhe geklagt. Die Entscheidung des...